Die Damen über 50, mit den nervösen Händen, die ihre Einsamkeit tagtäglich in Kaffee ertrinken, Patienzen legen, Angeliken lesen, den Caritas Bazar und den Freundinnen in Portofino. Die Damen über 50, mit der permanenten Angst vor Krebs, den Modeärzten, auf die sie schwören, für Karajan der Hummus, für Bernstein nur die Klack. Sie haben alle ihre Abenteuer lange hinter sich. Zeit, Zeit, was hast du aus ihnen gemacht? Früher haben sie dich ausgelacht, aber heute bist du am Zug. Zeit, Zeit, schau sie dir doch noch einmal an. Was hast du mir denn angetan? Änder ihr. Die Damen über 50, die immer morgen dachten und plötzlich merken, dass ihr morgen keine Zukunft hat. Wie Cary Grant verehren, kosmetisch blöffen wollen und Charles Trenner in der inneren Händen. La Mer, la Mer, la Mer, la Mer, la Mer. Ihre Phrasen mit den Modefahrten wechseln, mit den Abomans für Josefstadt und Kitzel, mit der großen, großen Müdigkeit. Zeit, Zeit, was hast du aus ihnen gemacht? Früher haben sie dich ausgelacht, aber heute bist du am Zug. Zeit, Zeit, schau sie dir doch noch einmal an. Was hast du ihnen denn angetan? Would you Jesus like, dass du tienes als D sexual상ziehender? What do you족st fing aqui mit? Du hast du ihn, nicht einiges?